doch hab ich noch gerammt na gut pts meet hat du drehst dich auch mal im ziel kann das sein ja 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 ab und an mal jolo waki war die digga der war da vorhin schon da der hatte was eine andere farbe mit namen glaube ich ja er sagt gerade das pts meet naja pts meet ich weiß nicht guck mal der hat aber auch der hat aber auch content ohne ende die sind da irgendwie zu 56 ja die hauen ja auch videos raus und das ist mal das und zweitens mal die sind mir zu aber ich muss ich muss sagen ich ich muss ganz ehrlich sagen ich habe youtube ich habe pts meet ich habe pts meet schon seit längeren jetzt die abonniert ich finde die nicht mehr so besonders gut die ich weiß nicht die habe mir früher auch sehr gut gefallen aber ich finde jetzt nicht ich habe immer noch eine aboliste aber ich gucke echt echt selten von den mitgliedern noch nie gern geguckt weil sie wie gesagt wie so ein tv sender das irgendwie machen und wenn denn auch bus bram oder den anderen den bram oder peter die sind gut aber dieser bescheuerte typ hier wie heißt denn dieser dieser jedes mal geht es gerade genau jedes mal überlegen wir den namen der hat jetzt irgendwie ein paar folgen vorwärts gemacht heiken bussel sagt alter alter der und vorwärts der geht gar nicht das ist ja was ich ein bisschen blöd fand immer wieder bei der gamescom dass die da wieder bei der ersten folge gamescom dabei sein mussten zu sagen das hat mich ja weil die aus keinen halt kommen ja aber müssen die das jedes jahr dieselben sein ich mein was spielt ihr denn so auf youtube spiele so spiele zurzeit zurzeit gears da eben eigentlich spielen wir alles querbeet aus der strategie und ja und nicht nur spiele sondern auch es gibt auch game reviews news und so weiter genau podcast also total bunte mischung eigentlich nicht nur ein anderer kann das ist ja nicht mehr lp das ist ja wieder der mal deswegen deswegen dass der game haste und wir haben ja drei verschiedene kanäle der eine ist halt nur rund ums ums gaming game news und und podcast wir quatschen dann über irgendwelche sinnlosen themen und ist es nicht das hier wo ja kommt da kann man sagt wo wir das ist doch hier ist diese wand hier ist diese wand wieder klar da machen wir mit das machen wir wie deutsch style genau ja warum soll ich mich jetzt verbiegen ne aber jetzt verhau ich auf die ich auf die fressen hat er sich einfach hier nur hinter mir gestellt hier ist mir auch eigentlich irgendwie bei so einer waffe aber pass auf hier irgendjemand muss rechts überwachen ne ja ich komme hier auch im bergauf glaube ich na eben ich guck mal hier unten ob ich mir irgendwo ich setz mich hier unten rein ja ich bin neben dir kann ich ja hier die andere seite klar aber es ist gerade auch ziemlich pumpe wie viel ich abschieße bei mir kommt eh kaum einer das ist schon scheiße wenn du ein stück hoch gehst bist du wieder unter der mauer weg mein partner ist da du du alter dein kopf der guckt direkt unter der mauer her stimmt ja 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 du kannst ruhig die mauer kann ruhig über dir sein kannst du nicht dann geht es mir nicht hoch automatisch ja also mir sitzt auch scheißegal gerade aber obwohl die erste welt kann ich schon mal ein bisschen mit ausspielen aus der ecke ja eigentlich wie wo bist du ich wer ist du wer ist du ich glaube hier hinsetzen coole ecke bei mir er findet es cool wie sich ja ja ist richtig ist auch cool wenn die sich so ein bisserl bedoffeln aber ich wie gesagt ich finde halt den hardy der geht mir so auf die eier dieses rum geschreie und ich meine wir schreien auch mal aber da ist ja nur am liebsten auch nicht schlecht reden oder so um müssen die machen ihr ding so wie sie es machen und machen so gut die leute eben und die charaktere so wie sie Prozent das ist halt die schmackssache richtig und manche Sachen sind halt cool manche Sachen sind halt nicht so cool man kann ja nicht toll finden aber ich sage Peter und Bram finde ich echt cool also die beten mag ich ja die sind doch sympathisch weißt du Bram ist eigentlich dafür also würde ich sagen ist so der Typ der erst redet dann denkt und Peter ist das komplette kompletter Unterschied ich finde bei Peter eigentlich genau Peter ist der mit der Brüder der Brüder ist dieser Brüder wird der Brüder wird der Brüder wird der Brüder wird der Brüder so ein bisschen ich finde immer Peter lustig dass das so ein bisschen da hat er könnte er muss so auch gar nicht mehr ich bin Alter, warte. Ich suche Peter Lustig, ey. Ey, wißt du? Naja, nachher wird es noch richtig krass für uns hier. Liebe Zuschauer, nicht denken, dass wir jetzt hier die ganze Zeit ihr Langeweile habt mit diesem Standpunkt, wo wir hier stehen. Das wird noch richtig heftig. Ich hab hier nicht rein. Ich bin mal ein bisschen mal umgucken, was hier noch so abgeht. Ich werde mal gucken, ob die hübsche Frau wieder Kaffee trinken geht, wisst du? Düscht das hier. Düscht. Den einen wollte ich mir die ganze Zeit holen, aber der hockt da irgendwie. Der geht nicht weg. Warte. Da ist er weg. Wo wohnt ihr? Zuhause. Das müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt öffentlich machen. Ja, du könnt ja so... Das soll ja nicht so wohnen. Thüringen. Ich komme aus Thüringen. Ja, eben. Ich bin in Thüringen. Thüringen, Schleswig-Holstein und... Ja, Landbrand. Berlin-Brandenburg, genau. Berlin-Brandenburg, genau. Hört man doch auch, Mann. Alter. Junge. Hör doch mal hin. Das kann auch Berlin sein. Naja, ne, ne, ne. Berliner ist doch was anders. Hör, wohin? Berlin ist Berlin. Ne, ne, ne. Die Budetten sind da noch ein bisschen anders drauf. Ich spreche nur genauso, eigentlich. Ne, ne, ne. Du wirst ja nicht verwechseln. Die Brandenburger, die Berliner, noch ein bisschen mehr als die Berliner an sich. Geil doch. Hö? Hö? Ja, ja, doch, doch. Hallo, ich hab R2 gedrückt. Wieso klärt ich all seine rüber? Du? Hä? Oh nein. Was war denn das hier? Oh, neben bin ich schon wieder rausgeflogen. Was ist denn jetzt los? Hä? Flash, bis ich das Spiel verlassen. Oh, ich bin schon wieder aus. Ich bin doch gar nicht auf dem Ende. Ich will mal raus. Oh Mann, was ist denn das? Immer im Überlebenskampf, ey. Das ist doch schwul. Weiß so. Zveni, ich wohne in Berlin. Na ja, siehst du, dann bist du hier bei mir gleich um der Ecke. 50 Kilometer entfernt. Huchtsch. Was macht der Ene hier? Guck, guck. Kass. Okay. Okay, geh mal an meine Stelle, wo ich war. Die ist echt gut. Die ist echt gut. Ja, Crazy soll mal an seine Stelle gehen, weil die kommen jetzt überall. Da kommen jetzt noch welche. Da kommt Naudu. Ich will wieder dahin gehen gerne, aber ich bin rausgefahren. Nein, klar, geh hinter die Ecke. Wie findet ihr COD-Ghost? COD allgemein interessiert mich irgendwie gar nicht. COD, muss ich sagen, ist einer der wenigen COD-Ghost, die mir richtig gut gefallen sind. Ich weiß nicht, finde ich das sind einheitsschülerbrei in 17 Jahren. Ja, das stört mich auch so mit dem COD-Ghost. COD-Ghost, ich finde den Single-Player auch immer wieder irgendwo gut. Oh, wenn du das kurz ist, aber ich finde ihn nicht gut gemacht. Hier, den Multiplayer-Bogd-Oper, bin ich der Meinung. Ich glaube, der ersten COD-Teil bei mir war Call of Duty 2, 3 damals glaube ich, den ich intensiver gespielt hatte. Ja, 3, 3 war das reine Konsolending für die PS2. Nein, wo ist die 3 war Modern Warfare? Panzerfaust, 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 Panzerfaust. Ja, siehst du, sage ich, ja, da mischt es mal raus. Das war mir in den Countess-Roll-Zeit. 3, 3 war das reine Konsolending. Das kam nur für, ich glaube, Xbox und PS2. Ja, ich... Hier gab es ja noch die Lager, so mit Counter-Strike und... Call of Duty ist so ein Spiel, ähm, so ich sagen, den Multiplayer, zum Beispiel. Brauche ich übelst lange, bis ich mal sage, okay, jetzt habe ich Bock, aber wenn ich einmal dranhänge, dann hänge ich. Aber ich muss erst sagen, ich muss nicht mehr sagen, es ist halt, es ist halt bloß ein Ballerspiel. Wie findet ihr COD? AdWords Warfighter? Ist das das neu? Ja, da freue ich mich schon drauf. Heißt das so? Ja, ja, ich freue mich schon drauf, tierisch. Aber ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ich freue mich halt eben auf, ähm, so modern warfare-mäßig. Ich freue mich halt tierisch auf, äh, den Singleplayer, muss ich sagen. Nein! Wie heißt das? AdWords Warfighter? Oder AdWords... War... War... Warfare. Warfare. AdWords Warfare. Gab es nicht schon mal einen AdWords Warfare? Ne, ne, das war Modern Warfare. Ähm, das, was, das, was du meinst, ist, äh... Ist doch AdWords Warfighter, ihr wisst, oder? AdWords Warfighter, genau. Du willst aber was, ich meine, oder? Äh, Ghost Recon, du meinst, ne? Ghost Recon, genau, davon gab es zwei Teile, ne? Damals. Ne. Auch so, eher so unrealistisch. Ja, die waren aber... Crazy, du kommst doch klar da hinten, oder? Noch, 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 noch. Warte, jetzt kann ich nicht anvisieren. Ach so, Mann. Warum haut's den Crash immer wieder da raus, wenn... Ja, zumal immer in, in unser, äh, Dings hier, in den Bodos, was? Was ist das? Jedes Mal, wenn's um Gewurst geht hier, dann, geh ich raus. In the West. Wenn's um the West geht. Ja, du kannst auch mal ein bisschen aufs Stream gucken, weil da muss ich nicht immer gucken. Kann ich mich hier präsentieren. Kannst du ja ein bisschen Chris Chris beantwortet jetzt eure Fragen? Ja, ich guck ein bisschen, was dazu zu schreiben. Ich fand COD 1, 2 und 5 geil. Also die Weltkriegsdinge. Ja, COD, die Weltkriegsdinge, genau. Muss ich auch sagen. Also ich muss sagen, COD 1, COD 2, World at War, also 5. Hatte ich ja richtig geil, Alter. World at War war 5, ja. Ja. Das ist, äh, was im Dschungel war denn wieder. Dazwischen gab's eine moderneren und dann kam's wieder eine älteren. Das gab, da gab's ja auch eine deutsche Version, aber der ist ja übelst geschnitten. Ja, wir haben PS4, also zwei von uns. Crash hat's noch nicht, aber wir haben PS4, ja. Ich sag ja, wir fangen auch bald, also wenn's rauskommt, dann Destiny auf PS4 an. Da freuen wir uns schon richtig drauf. Richtig fettes Spiel. Und Crash, mal gucken, wann er nachlegt. Ja, kein Schuss. Gibt wichtigere Dinge im Leben. Ich will eigentlich nicht hungern zu Hause, nur um mir eine PS4 zu kaufen. Und dann kommen die Mäuse aus dem Kühlschrank, oder was? Essen wird viel zu hoch überbewertet. Nee, Essen ist wichtig, Alter. Was meinst, weil ich so wegschaufel, meinst, das ist Wahnsinn. Essen wird zwei, Alter. Aber ich bin nicht dick. Ich kann essen, wie ich will, Alter. Das ist wie Odi. Ja, total krass. Ich hab total, ähm, wie heißt es? Ich hab total, äh, guten, äh, guten, äh, verbrennung sozusagen, genau, gute Müllverbrennung. Ja, wenn wir so umgedreht. Die englische Version, da ist da nicht dieser Zombie-Modus mit drin gewesen? In World at War, aber. Ja. T oder 5. Und bei der... Warum holst du dir da die englische Version? Da holst du da die Peggy. Die ist deutsch und ungeschnitten. Ich finde die Idee in Island. Dead Island finden wir echt fett. Also, also Crazy und ich sind richtig große Fans von Dead Island. Wir haben, äh, auch die Let's Blade. Dead Island 1, Dead Island, äh, Riptide, Dead Island. Und das war's auch schon. Mehr gibt's ja noch nicht. Ich hatte online noch gar nicht das Spiel, großartig. Und wir werden es auch bald nochmal auf Playstation 3 für den anderen YouTube-Kanal wiederholen. Dead Island finde ich echt cool. Ich freu mich auch schon echt auf dieses Dying Light, was so ähnlich ist wie Dead Island von Warner Brothers. Da freu ich mich auch schon richtig fett drauf. Da ist es aber, dass Dead Island 2 gar nicht mehr von Techland kommt. Nee. Finde ich auch gut. Das entwickelt Yaga. Da. Yaga. Da. Unwere Engine 4. Ja. Ja. Finde ich gut. Ja. 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 Die benutzen ja, die haben ja auch eine ganz andere Engine. Die haben ja ihre Techland Engine da, äh, ist der Teufel wie die heißt. Nee, die war einfach ein Unreal Engine. Achte mit auf, achte mit auf, äh, Raketenwerfer crazy. Also Dead Island, äh, läuft auf dieser Techland Engine. Äh, hier, wie heißt die? Diese Chrome Engine. Die läuft nicht auf Chrome Engine. Die ist aber nicht von Techland, die Chrome Engine. Die Chrome Engine, die gibt's von mehr auf. Die Chrome Engine ist von Techland. Und das ist warum die Chrome Engine heißt, weil es mal damals ein Spiel gab, ähm, das hieß Chrome. Das hieß Chrome. Ja, und da, äh, ist die erste Version von der Chrome Engine entstanden. Richtig. Das Spiel, Chrome Engine. Ja, das Spiel war gar nicht schlecht, ne, das Chrome. Das war gut, ja, ich hab' dann damals oid-soft, ja. Zumal saß für die Zeit damals echt gut aus. Und lief auch echt gut. Da wurde gerade wieder längere Text im Stream geschrieben. Ja, das ist ja auch richtig gut. Ich hab' mir zählen, ne, ne, ne. Ich hab' mir zählen, die in England, äh, irgendein Urlaub. Na ja, wie klar, weg im Urlaub bin, dann nimmt mir natürlich da auch was mir. Das ist das... Ja, das ist das... Das hast du ja nur bei der PS3, bei der Xbox, das ist ja auch ziemlich deutsch. Wieso sind die alle Multi? Solange PAL draufsteht, hast du Deutsch. Da muss nur PAL draufstehen. Achso, da gibt es wohl PAL und NTSC oder was? Ja, NTSC und NTSC. Also einmal Japan. Achso. Und dann halt PAL. Ich muss auch sagen, ich bin hier nicht so ein toller Englisch. Von daher finde ich es aber ganz gut, dass es die PEGI-Version gibt. Also wenn das Spiel nicht zu storylastig ist, also wo wirklich extrem storymäßig was erzählt wird, stört mich in Englisch viel. Aber wenn zu viel Story ist oder irgendwelche Twists nachher oder so und du verstehst nachher die Hälfte nicht, weil du nicht richtig gelesen hast oder nicht dir zugehört hast, dann ist schon nervig. Okay, wo willst du hin? Hä? Wo du hin willst. Wir sind ja auch mit Englisch ganz anders aufgewachsen, sag ich mal so, als die heutige Generation. Ja, wir haben halt Schulenglisch gehabt. Ja. Genau. Da ist mit Englisch sowieso nicht viel übrig geblieben. Jetzt haben wir bloß unser Internet Englisch so und ich war halt. Ja, ein paar Sachen versteht man schon, ne? Ja, so ein bisschen. Möcht nicht sagen, dass wir komplett blöd sind im Englisch. Aber ich habe damals auch amerikanische Freunde gehabt. Mit denen habe ich immer geschrieben. Amerikanische Freunde. Ja, direkt aus New York. Ist irgendwie Familie, keine Ahnung. Irgendwie Cousin oder irgendwas. Was heißt Freund? Also war Cousin oder irgendwie sowas war das von meinem Vater. Ja, viele sind doch damals auch nach den USA abgewandert. Ja, genau. Viele sind nach Kanada rüber. Ja, genau. Ich rede jetzt aber von... Oh, fülle sie drüber. Damals. Ich rede jetzt aber halt eben. So, okay, ich gebe dann noch mein Loch. Äh, noch mein Loch. Noch meine Wand. Das gibt's ja in Frankreich. Da, was ist das? Äh, in Frankreich sag ich schon. Kann man da drüben in, äh... Heißen die Schwestert. Die französische Kolonie. Wo nur Franzosen sind. Und real oder was? Ja, genau. Ja, das ist schön. Wenn man gut Englisch kann, dann ist das natürlich kein Problem, englische Titel zu haben. Und daher... Wir kennen Englisch, aber... Ich finde, es bringt mich nur so ein bisschen aus der Geschichte raus, wenn ich, äh, das englisch erst zu übersetzen muss. Lesen, äh, lesen, ja. Aber, äh, wenn man dann schon anfängt mit Schreiben, dann fängt schon an zu haben, glaub ich. Ja. Fuck, Mann, ich hab... Ey, Mann. Weil, Mann, den... Weil, Mann, den, äh, glaub ich, äh, den ist jetzt immer so mit diesem Pass-Partizier... Scheiße, ich habe nur einen einzigen Raketenwerfer. Mit dem Zeitraum, dann wird's schon schwer. Das wird nix, crazy. Fuck. Bitte? Ich kann den... Ich hab den Heli verpackt. Die kommen alle von hinten und ich blick nochmal durch. Ich... Ich töte mich. Komm schon. Du töd. Ich hab nur mal durchgeblickt. Keine Ahnung. Es sind zwei Heli. Das ist so ne Macke. Ja, ich sag doch. Ich wollte, sind los. Ich bin weg. Tschüss Heli. Ja, aber was auch bei den religiösen Gegnern. Da hätt ich gewusst, dass du die so schön unter Kontrolle hast. Obwohl, du bist auch gleich im Arsch. Alter. Oh, da hab ich wieder einer. Wo sind die? Der ist tot. Der ist tot. Ich zieh den Heli ab. Der ist tot. Der ist tot. Aber in der England ist alles auch 100% angrad. Na klar, ja. Die PEGI-Version ist auch 100% angrad. Pass auf. Oder? Aber bei der PEGI-Version hast du meistens den Vorteil, dass du halt trotzdem eine Mozilla-Version hast. Also Deutsch auf jeden Fall dabei ist. Deutsch, Englisch, Französisch. Meistens. Bei der Englischen? Nee. Bei der PEGI. Bei der PEGI-Version. Der England ist ja mittlerweile auch PEGI. England ist ja mittlerweile auch PEGI. Das ist ja alles PEGI. Außer Deutschland. Deutschland ist ja USK. Ist ja wieder extra US. Mittlerweile diese ähm... Wie hieß denn die? BP... Hä? Was haben wir jetzt gekriegt? Gar nichts oder was? Doch. 8400 habe ich gekriegt. Achso, okay. Habe ich schon mitgekriegt jetzt, Alter. Habe ich schon mitgekriegt jetzt, Alter.